Hey du Strauß, ja da wo wir eben waren quasi. Ja ich komm. Oh noch mehr Kohle-Steine. Ah ich seh dich. Oh der Strauß leckt. Er kann lecken. Ist da. Hinter mir ist direkt noch einer. Ja ich würde auf den Stein gehen. Ist ein bisschen tot. Alter hat der Damage gemacht ey. Ja. Deswegen hab ich mir gesagt. Ich würde auf den Stein gehen. Ist ein bisschen tot. Da oben steht was. Was größeres glaube ich oder. Na ja Ast 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 Ast. Wunderbar. Hier ist ein Dorf oder was. Ja das könnte sein. Da stehen Zelte und Klamotten. Ach du Schande. Geh mal gucken ob einer zu Hause ist hier. Ja ja. Guck ob einer zu Hause ist. Herstellen. Äh ja da sind zwei, drei, vier. Da sind bestimmt mehr. Fünf, sechs NPCs. Da sind sogar mehr wie fünf, sechs. Wo ist mein Hut? Ich laufe im Quast nackt rum. Lol. Apparieren. 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 Kann er nicht. Anziehen. 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 Okay. Die schießen schon mit Pfeilen. Achtung. Nein. Ich hab nicht geschossen. Die schießen. Jawoll. Oh. Ich werd getroffen. Alter. Schießen die gut ey. Beitsche raus. Das geht nicht mit der Peitsche. Die schießen sich alles zu klumpen. Au. Ich hab die alte getroffen. Au. Oh. Nichts gut. Da hat noch von hinten einer geschossen. Pass auf. Bist du gleich erledigt. Ja ich muss hier weg. Oha. Ja. Besser ist das. Mich haben sie platt gemacht. Herzlichen Glückwunsch. Kommst du hier nochmal her? Verfolgen tun sie mich nicht? Natürlich komm ich nochmal her. Ich will meine Sachen wieder haben. Guten Tag. So bin ich. Okay. Passt einigermaßen. Renn einfach querbeet da rauf. Super. Uiuiui. Verfolgen dich nicht oder was? Ne ne. Ne ne. Ich steh hier. Und irgendeiner kämpft sich hier durchs Dorf. Ich glaub das ist unser Joe. Der Joe wird verfolgen. Jetzt verfolgen sie mich. Jetzt sind sie schön gezogen. Ah. Aber weg hier. So. Hier runter. Zack. Alles klar. Na gut. Ich geh lieber hier am Rand lang. Rück erstmal. Neue Rüstung sagt er. Mal schauen wie viele Pfeile haben wir noch. Ja wenn die Ex geben würden. Scheiße. Ich brauch. Ich brauch Steine. Da wohnen wir. Also müsst ihr einfach quer hoch. Da hinten zwischendurch. Nachschauen? Ne. Nachschauen würde ich nicht mit. Denken geraten. Nicht so die Lust zu. Jene. Auch kein Lust zu. Lauf einfach. Ich kann nicht laufen. LOL. Gibt eben aufs Maul. Dann nochmal. Kack für jede. Oder auch nicht. Hahaha. Boah. Die haben mich rucki zucki zerlegt. Die zwei Hyänen. Da siehst du auch mal wie schwer das ist. Ne. Du kannst noch nicht von A nach B laufen. Ja. Oder dich die ja rucki zucki auffressen. So. Jetzt. Ja jetzt. Man. 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 Wie viel Download bei Steam. Ähm. Ich glaub 38 Gigabyte war's. Kann das sein. Hau das hin. Ja. Aber 8 oder 9 Gigabyte. Ja wieso. Hat 35. Ja. Der ist höppling nackt Arsch. Nach. Bewegung. 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 Wollte grad sagen. Ich war schon bei. 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 Bei Extinction. Meine Marke. Meine Marke. Wollte schon sagen. Ja. Save meine Marke. Save meine Marke. Save meine Marke. Genau. Bist du schon wieder hier oben? Ne. Bin doch grad verstorben. Eierbär. Ja. Ich. Schiff. Ich. Ich. Die. Jäle von hinten an du. Wenn du. Wenn du ein Schild hast. Ich. Scheint. Kannst du das so. Zermatschen. Ja. Hab ich gemacht. Also. Drei. Hab ich. Down. Drei. mit neuer rüstung ich seh unser haus ich bin gleich da wie immer survival kamaro bei überleben kräften und so weiter irgendwer hat komische geräusche von sich gegeben da liegt schon ein ding drauf nicht gut gut gehe ich einfach weiter zack neue rüstung das neue rüstung reparatur hammer ok back anziehen haben lederrock hübsch sehr schön extrem sexy wo ich wackele mal mit euro engel wir waren ganz einmal um den fels drumherum und dann nach oben ne ja genau da fliegt der zeug noch da liegt da mit sicherheit komm mal zu dir ja das bin ich rechts müsste sein da steht einer direkt getroffen ne zwei ich bin tot das gibt es gar nicht der hat irgend so eine komische axt in der hand ich glaube gerade die hulle bist du auf mich danke nee ich bin tot nein der nächste so du wurdest getötet durch dakari fighter irgendwie so ganz komisch und ich backe in der foundation irgendwie oben beziehend die anziehen blau blau daneben daneben dakari fighter ja der hat mich gekillt ja der hat mich gekillt damit 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 jetzt ganz weg sind gelaufen da würde ich sein lassen hier kommt gerade noch einer wo ist er die schießen ganz böse mit pfeile ja die treffen auch komischerweise 100 prozentig ausweichen ich kann nicht getroffen bieten in den sand ja ich habe alles gegeben das reicht nicht die sind total heftig hier die arsche du kacke ist das verkackt nochmal schwer und ich bin schon wieder am arsch ne welt hohe so heftig unglaublich da kann ich jetzt noch nicht sagen ich weiß so dass es saumäßig schwer ist man kann viel machen man kann schön schön bauen und sachen machen das ist ja auf deutsch gesagt ist arg so ein bisschen im kohenzalt alter ja aber ist auch schweine schwer alleine brauchst du hier nicht an den start zu gehen kein fall hast du keine schnitte wirst jämmerlich dahin siechen ja es sei denn du hältst dich ganz am anfang irgendwo auf wo die gegner wirklich low sind aber ist ja das kann es ja nicht sein ja 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 okay wir sind am ersten tag ja wer ist da komm her oh hund elender blinder du bist doof geh weg ich hab dich doch ja nicht gemeint wie die eier ja du bist ja mehr 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 ich weiß so anziehen der klo hau ab deiner popeligen axt ja schwimmen willst du nicht ne wasser ist nass lieber stinken wie ein elch ha 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 village ishi hat ja jo höher 21 feilen er braucht feile 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 herstellen natürlich nicht weil mir fehlen steine weil ich nicht noch mal dass ich zu böse man muss erst mal die kleinen hier zähmen sehr wahrscheinlich jeder mich am liebsten komerdo kann ich nicht kann ich nicht auch ein ausdauer so deswegen da gehen wir nicht so breitbeinig ist gut mit dem länden schürzchen ich habe wieder scheiße jene liegen klamotten am land komm herr du hase du hast du gewollt ach nein ich habe es nicht zu wollen nein bitte weg lass mich los geh weg ich will das wasser ich muss erst ein bisschen das haus schaffen freue ich mich noch gut keine ausdauer ja das schlimme ist aber auch irgendwie wir wir kommen nicht weit ne bist du das helm? ja wir kommen immer nur so ein paar meter und dann wartet hier bauen wir einen schlafstag wenn du noch drei dinge im inventar hast du ja mit sicherheit ja drei stück kann ich herstellen jawohl einer reicht mir ich möchte mich möglichst schnell weg weil oben meine sachen ja da rum liegen und verkammeln das ding ein einziger schlafstag würde mir reichen dann renne ich direkt weiter weil ich ja gerne meine sachen wieder hätte wieso kann ich ja nichts machen hier ich kann nicht mehr tragen warum nicht hier warte ich dropp dir was so dropp da ist der schlafsack bin schon weg man lernt man lernt musst du dingern ich weiß immer nie wie lange dauert dann gehe ich lieber ja was sagt der mal muss er erst herstellen ja du hast gesagt du kannst nicht du gehst nicht und ich hänge fest und aaaah und das hört sich nicht gut an dann bin ich einfach fortgelaufen aaaah ok geh du weg da oben lieg ich doch wer ist das? bist du das? einer von uns? ja wer ist der da? zack zack nehmen und weg weg ja trink trink doch ein mir egal trink was du willst ne Der ist schön. Ding rein, 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 rein. Ja hier, ist der noch voll. Jo, Tatsache. Ein Kotelett, direkt essen. Okay. Kämpft der da oben noch rum? Das kann sein, der ist hier unten nicht. Oh ja, ab. Komm mit Schild und Schilddreck an die Rand. Da hat er schön einen in die Schnauze gekriegt. Himmel in die Rübe. Maul. Ja, immer hoch mit der Greten. Weißt du, was die vertragen, Hidi? Jetzt kämpfst du doch da oben. Ah, hab ihn erschossen. Ne, gut. Riechst du immer schön den Schädel. Ah, brauchst du nicht mehr. Ja, kannst du gucken. In die Rübe. Und noch ein, komm. Ich glaube, du trinkst nichts mehr. Ja, you're drowning in your own blood, würde ich sagen. Haha. Habst du kalt gemacht, die Hunde? Sehr gut. Jetzt komm ich noch nicht dran. Da sind sie. Danke, ja. Danke, ja. Ich komme auch direkt wieder hoch zu euch. Oder hier. Oder ist der Joe auch da? Joe ist auch da. Haben wir Schilddreck mitgehabt? Schau mal, wie wir hier jetzt. Ich bin zurück. Ich brauche noch ein paar Pfeile. Damit es nachts sehe nichts. Okay. Dabei sind wir noch gleichzeitig getrunken. Verstehe ich auch noch nicht, wo dran liegt. Zack, Pfeile. Pfeile herstellen. Kann ich nicht? Herstellen. Zack. Pfeile. Zack. Und her. Ah, bei mir wird jetzt auch gleich dunkel. Ich müsste noch ein Vieh oder so mal platt machen. Dann müsste ich Level-Up haben. Ja, ich habe auch gleich Level-Up. Von sohin. Hast du auch irgendeine Waffe? Oder machst du sie einen Fußgänger? Zugucken. Pfeile und Bogen. Guck, ich treffe aus drei Metern nicht. Nee, nee. Warte, 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 warte. Blöde. Oh, oh, oh. Oh, schön daneben. Okay, schon mal. Bin gleich tot. Ah. Ja, da ist er down, jawohl. Ah, Stufenaufstieg. Hast du es geschafft, ja? Sehr schön. Ja. Endlich. Jetzt kann man das verkackte Wheel bauen. So. Ja, aber erst mal mit Teil, ne? Suchenaufstieg. Rezepten lernen. Ach ja? Hier, Schmied und so weiter. Nee. Ich kann das Wheel of Pain noch gar nicht bauen. Doch. Nein. Freischalten. Hier, Ofen. Bumm. So. Okay. Ofen bauen, baum jetzt erstmal. Da brauchen wir nur Steine für. Nur ein paar Steinchen. 540. Okay, ich helfe klopfen. Sehr gut. Ja, das scheint ja doch irgendwann mal vorweg zu gehen. Unglaublich. Natürlich, wenn ihr die Typen hier heißt, da und die verteidigen deine Base, dann ist ja schon mal nicht schlecht, ne? Ja. Gut, gut. Der Breder-Ding noch. Zack, wie der. Zack, wie der. Der Bär. Hat er jetzt gemacht. Guck mal auf, weil er im Blick gestickten Pfeil ist. Ich kann mich nicht bewegen. Warum? Weil er zu überladen ist. Ja. So, Jus. Hier, die ollen Bären können weg. Das kann weg. So, ich geh jetzt mal zurück. Ich hab 150 dabei. Das kann man nicht schlecht. weg packen und die schmiede rein hier liegt wer wer ist das denn hier tot wer ist das hier tot steht kein name bei rudament bei zeug bei wirst du wer das ist wer ist denn weiß wasserbeutel und sein kannst du wasserbeutel bauen ja brauche ich halt warte mal schau mal vielleicht ich habe ich habe 41 heid und ich habe auch pflanzenfasern ja das ist ein bisschen kräften ein kotelett habe ich noch holz da kommt robb brauche ich komme rein wo ist die blöde hose Packe ich die hier in die Werkbank rein, ja? Ja, musst du mich erst drauf zugreifen lassen. Zack. Trotz. Ähm... Drei Pfeile. Zack. So, bitteschön. Zack, dafür, grob. Seinen hab ich immer noch. Axt brauche ich momentan nicht. Eisen. In der Werkbank ist der Wasser, aber du. Ich bin immer wieder in Eisen. Müsst ihr doch auch, als sie sich... Nee, ich hab schon lange kein Eisen mehr gefunden. Aber Steine klopst du ab und so, ja doch, oder? Ja, eigentlich ständig mit der Picke. Was sag ich? Du musst auch die ganze Zeit da rumrennen. Steine. Steine. So. Knochen. Ich geh wieder Steine holen. Ähm, munkeln. Das ist gut munkeln. Auf der anderen Seite lieber. Würde ich sagen. Kohle. Klamotten. Klamotten. Rinde. So. Reise. Nee, an dem Moment keinen Zweck. Immer zu holen. Wieso wird grad grad dunkel? Ist schon dunkel. Hier schon wieder irgend so'n Vieh vorm Haus. Gut. Hast du ja alle lieblich mit der Pi. Ich komme eben zum Wasser. ich denke mal geht an sich hier noch eine grad gespawnt sehr schön ich habe stufenaufstieg so was haben wir denn aufstieg ich habe zwei punkte zum vergeben ich habe jetzt belastung 3 survival 3 die steine in die erste kiste getan ja also wenn du vorstehst die rechte ich brauche ich gleich um ich bin hier noch wenn wir hier meine punkte verteilen gehen wir noch mal auf stärke und noch mal auf belastung ja wohl rezept lernen was soll ich lernen weiß ich nicht ich habe nur ein punkt zum freischalten das natürlich käse ne 2 punkte aber so 150 metall hast du im stein hast du bestimmt mitgebracht oder ja ja genau ich glaube 146 146 das ist übel das sind 300 und ich brauche 540 dann müsste ich 240 mitbringen das habe ich nicht okay dann reicht es sowieso nicht also nach hause sagt glückbär ein mit dem rumliegt also noch mal müsste fast reichen 172 steine so jetzt sind hier stecken hol sie mich raus bitte nicht gut einfach ein 300 318 sind jetzt da drin und 18 ja was trotzdem mit ich gehe sofort wieder klocken ich muss nochmal ja brauchen sie mehr vier der müsste schon reichen für die schmelze der reicht noch nicht leider war ja klar da ist noch was da ist noch was lauf, lauf, lauf so ach hier, ich grüße den julian Schüller ne Schüller, Entschuldigung, nicht Schüller Mahlzeit ich bin jetzt ja schon fast für ein Ü Pausing on, wat gebt mir Tierhaut wenn ihr habt ich mache Schuhe und Hosen die sind noch aktuell Tierhaut komm mal rein hier zack, Tierhaut zack, ist drin pflüpp ja habe ich nicht jetzt zu oh und jetzt zack, zack naja, ich weiß kommt die Meldung immer da ist auch ein bisschen doof so ich kann mich nicht mehr bewegen ich weiß, dass ich mich nicht mehr bewegen kann ich kann mich überhaupt nicht mehr bewegen und soll der Quatsch da drin das kann man direkt rausholen so, und jetzt herstellen jetzt bin ich spannend das ist bestimmt ein riesen Apparat der passt hier gar nicht rein dann können wir wozu im Garten stellen ja, kannst du die zweite Etage stellen naja ja stell dich einfach nach draußen ja, ich stelle dich einfach nach draußen ja, ich stelle dich einfach nach draußen wenn das Ding dann fertig ist mal seit's Marti grüß dich okay, da habe ich es fertig noch mal gucken wie groß das Ding ist ja, das hat schon eine gewisse Größe ach, gut habe ich mir größer voll ich möchte sagen der ist doppelt so groß wie der in Ark ja, aber passt schön an der Wand dran an für sich müsste hier dran passen in der Theorie müsste hier dran passen in der Theorie weil wir will das schon dahin haben geh doch nach oben ne, pack mal nach draußen ist doch besser ja zack umgestellt da steht er jawohl Eisen Eisen raus Eisen rein Holz rein mit Sicherheit zack Holz zack schlipp mich mit dem so er wollte sich dass wir endlich was haben zack so ich bin gespannt Brennstoff für 10 Minuten haben wir